Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt! Wenn Sie den Mann aus dem Laden sehen, nennen Sie seine Nummer. Die Nummer 4. Das ist er. Hagen ist ein Soziopath. Ein eiskalter Killer. Sie kommen in ein Zeugenschutzprogramm. Und jetzt? Das ist ganz einfach. Sagen Sie nicht aus. Dann ist das ja alles vorbei. Es ist vorbei, wenn Sie verurteilt sind. Ich setze einen Auftragskiller auf Sie an. Und auf Ihre Freunde. Vorbei ist das alles erst, wenn Sie beide tot sind. Jeremy, runter! Hören Sie sie, miese Schwein. Ich werde sie finden. Ich werde sie töten. Dann verschwinde ich und keiner wird je was erfahren. Scheiß auf den Zeugenschutz. Sie werden Schutz vor mir brauchen. Du musst mir sagen, wo ich Hagen finde. Dazu hast du nicht den Mut! Sie haben wohl Ihren Auftrag nicht erfüllt. Ich finde ihn. Sie sollten auf der Hut sein. Wir haben mal so einen weißen, der Hagen abknallt. Was ist denn das für ein Mist? Ich musste das tun. Du musst aufhören. Er wird niemals aufhören. Nur so können wir zusammen sein. Ich will ihn tot sehen, genau wie Sie. Aber ich bin ein Kopf. Nur noch eine Nacht. Lassen Sie mich machen. Ich werde den Jungen umbringen. Sie werden niemanden umbringen.